Herzlich willkommen auf dem Evangelischen Bildungsportal. Was genau ist das Evangelische Bildungsportal? Diese Homepage ist ein vielseitiges Online-Portal, das Ihnen so einige Funktionen bietet. Es ist eine Online-Lernplattform. Hier finden Sie aktuelle Informationen und Veranstaltungen aus dem Evangelischen Bildungsbereich. Außerdem einen großen Materialpool, den die gesamte Community mit Inhalten füllt. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, Online-Gruppenräume für Bildungsangebote, Kurse oder Seminare einzurichten oder Ihnen beizutreten. Innerhalb der Gruppenräume stehen Ihnen unter anderem folgende Funktionen zur Verfügung. Ein Forum, in dem Sie sich untereinander über das Gruppenthema austauschen können. Ein Wiki, das Sie zum Beispiel dafür benutzen könnten, gemeinsam an einem Artikel zu arbeiten. Eine Chat- und E-Mail-Funktion für die Kommunikation. Das Evangelische Bildungsportal nutzt die Plattform von RPI virtuell und wird Ihnen vom Zentrum Bildung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau zur Verfügung gestellt. Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Experimentieren und Online-Sein. Ihr Team vom Evangelischen Bildungsportal.